In diesem Video zeige ich dir, wie du eine ISO-Datei, also eine Disk-Image-Datei, erzeugen kannst an deinem Mac. Und genauer gesagt sind es zwei Steps. Erst brauchen wir, wir gehen hier unter Suchen und sagen Disk-Utility-App. Mit dem können wir sogenannte CD-Disk-Images erzeugen. Und mit diesem Disk-Image, ich gehe mal hier schon in den Ordner rein, wo ich es schon mal gemacht habe, ich habe hier nämlich den Ordner Warcraft 2. Und ich habe dann hier einen CD-R erzeugt. Und dann brauchen wir das Terminal, mit dem wir das hier konvertieren können in ISO. Also zwei Steps. So, als erstes, du öffnest dein Disk-Utility-Tool. Du kannst einfach auf Suchen klicken, Disk-Utility-Tool und dann kommst du hier rein. Wenn wir hier drin sind, können wir hier oben sagen bei File, New Image und jetzt nicht Blank, also Leeres, sondern Image vom Folder, vom Ordner. Und jetzt klicken wir das an und jetzt navigieren wir zu unserem Warcraft 2 Ordner oder als deinem Ordner, den du möchtest. In meinem Fall ist das Warcraft 2. Jetzt wähle ich hier den Ordner aus, sage Auswählen. Im nächsten Fenster, ganz wichtig hier bei Image-Format, muss ich sagen DVD-CD-Master. So, es wäre cool, wenn wir hier ISO erzeugen können, können wir aber leider nicht. Das erzeugt das CD-R-File-Format. Dann musst du noch sagen, wohin das kopiert werden soll. Jetzt für das Video nenne ich das Ganze Warcraft 2.CDA. Save. Jetzt wird das Disk-Image, also ISO erzeugt. Jetzt können wir hier in den Ordner reingehen. Jetzt haben wir hier Warcraft 2 CD-R. So, jetzt nehme ich dieses und lege das hier auf meinen Desktop. Jetzt habe ich das hier mit drin. Jetzt brauchen wir den zweiten Step. Dazu öffne ich das Terminal. Terminal-App. Und als allererstes müssen wir in der Terminal-App auf unser Desktop navigieren. Dazu habe ich dir hier folgenden Code schon mal hingelegt. Das ist das Step. Nehmen, eingeben, Enter drücken und dann kommen wir auf den Desktop. Jetzt brauchen wir diese Funktion, denn diese Funktion wandelt das CD-R in ein ISO um. Aber Achtung, wir haben das Ganze jetzt Warcraft 2 genannt. Deswegen muss ich das hier auch noch umbenennen. Warcraft 2 ISO-File und wir wollen Warcraft 2 CD-R-File umwandeln. Nehmen das Ganze, Copy und Paste hier rein. Und jetzt ganz wichtig, deswegen muss die Datei auf dem Desktop sein. Dann drücken wir Enter. Dann läuft er durch und er erzeugt uns eine ISO-Datei. So, ich habe im Internet Folgendes gesehen. Manche haben gesagt, du kannst hier einfach die CD-R-File nehmen und hier manuell das in ISO umwandeln. Nein, Achtung, nein, geht nicht. Manche Virtual Machines werden das nicht erkennen. Das ist der richtige Weg, wie du eine ISO-Datei erzeugen kannst. Das ist einfach nur umbenannt. Mach das nicht. Mach es so, wie ich es dir heute im Video gezeigt habe. Ich werde diese Links hier und diese Befehle unten in die Beschreibung mit reinkopieren. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest was lernen. Ich bin Daniel. Auf dem Kanal geht es rund um DaVinci-Übersorgung auf iPad und Mac und einfach Efficiency-Sachen, so wie jetzt das Ding heute. Und wenn du was lernen konntest, gib uns einen Daumen hoch, abonniere auch unseren Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.